Für die Methode Mindmap arbeiten die Schülerinnen und Schüler zunächst am Material. Sie arbeiten sich Begriffe heraus und notieren diese Begriffe in den entsprechenden Kategorien und in entsprechenden Farben, je nachdem was man abgesprochen hat. Im zweiten Schritt entstehen aus diesen Notizen die Äste einer Mindmap. Das heißt, in der Mitte wird das Thema notiert und in den Ästen kommen die Unterthemen und die feineren Unterscheidungen zum Tragen. Ein tolles Tool zum Anlegen von Mindmaps ist Miro.com. Auch wenn Miro werbefrei ist und die Schülerinnen und Schüler sich nicht anmelden müssen, ist der Nachteil dabei, dass man als Lehrer einen Edu-Account anlegen muss. Der ist kostenlos und damit kann man dann Mindmaps für die Schülerinnen und Schüler anlegen, sodass diese die dann bearbeiten können. Die Mindmaps können dann auch gemeinsam bearbeitet werden, sodass jeder die gleichen Rechte hat und jeder die Veränderungen vornehmen kann, die er vornehmen möchte. Das Tool Miro sieht aktuell vielleicht etwas unübersichtlich aus, ist aber doch sehr schnell zu erlernen. Indem wir hier eine neue Mindmap anlegen, können wir direkt starten und wie später die Schülerinnen und Schüler beispielsweise eine Mindmap zum Thema Gewässer anlegen. Wir stellen dann vielleicht fest, diesen Ast hier brauchen wir ja gar nicht. Es gibt ja vor allen Dingen zwei grobe Gewässerarten zu unterscheiden. Das heißt, hier brauchen wir nur zwei Astgabeln. Es gibt Binnengewässer und auf dem anderen Ast die Meere. Die Meere können wir aber noch unterscheiden in Nebenmeere und ebenso die Ozeane. Jetzt stellen wir fest, da können wir weiter unterscheiden. Die Binnengewässer können wir unterscheiden in Fließgewässer und Stillgewässer. Ich stelle wieder fest, ich habe einen Ast zu viel. Zum Beispiel kann ich jetzt auch sagen, ich möchte natürliche Gewässer unterscheiden und schon kann ich das ganz einfach umstrukturieren und sie dann von den künstlichen Fließgewässern unterscheiden. Mit jedem Enter mache ich einen neuen Ast und stelle jetzt auch wieder fest, das natürlich muss ja nicht hierauf bezogen werden, sondern auf die Stillgewässer. Wenn ich als Gruppe meine Mindmap fertiggestellt habe, kann ich sie für meine Klasse oder Lerngruppe freigeben und sie teilen. In diesem Fall kann ich auch verschiedene Sachen einstellen. Das Teilen funktioniert hier über einen Link und ich könnte sagen, man kann es nur sehen, zum Beispiel um zu präsentieren. Ich kann die Mindmap kommentieren oder auch sogar editieren lassen. Ich könnte auch zur Sicherheit ein Passwort vergeben, das brauchen wir jetzt aber nicht, sondern ich kann direkt meinen Link kopieren und dann meine Schülerinnen und Schüler weitergeben. Damit starte ich auch, indem ich eine leere Mindmap pro Gruppe anlege und den Link an die Gruppen weitergebe. Wenn die Schülerinnen und Schüler dann ihre Mindmaps präsentiert haben und im letzten Schritt wieder gemeinsam arbeiten, haben sie auch dann verschiedene Optionen. Zum Beispiel zu sagen, wir arbeiten mit zusätzlichen Verbindungslinien. Sie können aber auch zum Beispiel kleine Notizen erstellen und diese dann wiederum kommentieren. So bietet das Miro-Board über die verschiedenen Optionen dann auch die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen. Mit dem rechten Mausklick habe ich ganz viele Möglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler ganz schnell entdecken werden. Ich kann Formen drüberlegen, Texte implementieren, verschiedene Features und Rahmen einfügen. Ich kann Dinge hochladen und viele weitere Features mehr nutzen. Wichtiger aber ist hier am Ende zu überlegen, welche Einstellungen brauche ich. Die Grundeinstellungen können so bleiben. Am Ende sollte ich nur das Ergebnis mit einem Screenshot sichern.